Moin Moin. Hallo, wie heißt du? Mike. Mike? Ah, hi Mike. Moin Moin Mike, wo wollen wir landen? Wie heißt ihr? Ich heiße Leo. Seid ihr ein Team? Ja, wir sind Freunde. Cool. Und ihr macht einfach als Duo auffüllen im Trio, einfach so, ne? Ja, ein bisschen. Ja, mal ein bisschen auszuspielen, mal ein bisschen Real-Dames kennenlernen. Abends sind ich immer so die Schwitzers da. Schwitzer da. Stimmt. Gehen wir da hin? Was ist da? Ey, das ist Tresor. Das ist gut. Ah, cool. Tresorraum? Ja. Wenn wir die Runde gewinnen, bekommt ihr beide 50 Euro. Ist das cool? Ja. Okay. Okay, let's go. Wie gut seid ihr denn? Ja, also, ja, würde ich auch sagen, so fünf. Und ich so ungefähr? Schon eine sieben. Oh, nice. Würde ich auch sagen, so. Also, beziehungsweise, ich kenne dich ja kaum. Aber ich finde dich sympathisch. Aber woher wisst ihr, dass ich eine sieben bin? Eine sieben? Weiß ich nicht. Also, für mich wirkst du sympathisch auf jeden Fall. Okay, aber wieso bin ich da eine sieben? Ich weiß es nicht. Hat der Freundin Henrik gesagt. Okay. Henrik? Ja? Wieso bin ich eine sieben? Bist du ein Streamer? Ich kriege ja die ganze Zeit Anfragen. Ich auch. Let's go, rein hier. Verrückt. Sonst geht's ihr gut? Ja, selbst. Auch gut. Nice. Oh, nur eine Sniper. Willst du die haben? Warum? Ich bin nicht gut mit Sniper. Bin ich gut mit Sniper? Weiß ich nicht. Okay. Seid ihr hier per Zufall in die Lobby reingekommen oder habt ihr es probiert? Zufall? Ich habe es probiert. Okay. Aber dann heiß ich ja gar nicht Mike. Mike? Wie heißt du dann? Okay. Wie heißt du dann, wenn du nicht Mike heißt? Äh, Max heiß ich. Lol. Freund von mir ist auch Max. Der ist meiner Klasse. Ja, okay. Toll. Viele Leute heißen Max. Ja, also, viele Leute heißen Max. Das ist eine krasse Feststellung von mir. Richtig. Wie alt wart ihr nochmal? 13. Äh, ich bin 13. Okay. Und ich? Keine Ahnung. Ich würde dich jetzt auf 18. Ich würde dich so auf Mitte 20. Ja. Ich denke eher 18. 27. Ach lol. Ja, der lässt jetzt auf jeden Fall gewinnen. Ich hole mir das Spider-Man-Item da nochmal. Warte kurz, meine Schwester ruft mich. Okay. Ja, es ist nicht mehr so ein Streamer. Ich bin mit zwei geknüpft. Streamst du vielleicht? Weil mich laden zu viele Leute ein. Äh, ja. Du auch? Nee, ich hab Fritsch, aber da kann ich keine Videos gucken, weil ich muss irgendwie meine E-Mail bestätigen und ich hab meine E-Mail geändert. Oh, warte mal, ich hab gerade Probleme mit meinem Headset. Hat er kurz ausgemacht. Ja, man hat einfach wieder gut gehört. Ich bin mit Scheinwerks in der Runde. Das ist so, das ist so wack. So, okay, wieder da. Geht, klappt, wieder klappt. Cool. Okay, okay. Aber ihr seid mit, ähm, dafür, dass ihr erst 13 seid, seid ihr deutlich bessere Schauspieler, was wir sonst haben bei den Streamsnipern. Schauspieler? Streamsniper. Das meine ich. Das ist irgendwie geil. Ich mag das. Unterhaltsam. Streamsniper? Schauspieler? Was ist das? Geil. Ey, man hat's schon gehört. Als du gerade bei deiner Schwester warst, hast du gesagt, ich bin mit Trimax in der Runde. Digger, ich bin so krack hier. Bitte lief mich, bitte, bitte, bitte. Digger, bitte lief mich, bitte, nein. Oh, scheiße, Digger. Digger, kacke. Wie bad, wie geil aber auch. Oh, Digger, sorry, bitte lief mich. Das war wirklich, nein, ich lief nicht. Ihr habt euch bemüht. Oh, Digger, danke. Ich freue mich halt gerade so unnormal, ne? Oh, Digger. Und ihr müsstet euch, ihr müsstet die ganze Zeit zum Schauspielern, als wäre es nicht der Fall. Ähm, ja, warte, warte. Ich grüße auf, ähm, Facebook, Omar. Oma, Facebook, Oma. Oder Oma, 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 oder so. Ja, den haben wir davor getroffen, der ist übelkorrekt. Ja, der ist übelkorrekt. Okay, gut. Oh, mein Gott, Digger, ich zitter so hart, Mann. Aber das ist bisher eine... Hast du die ganze Zeit übel versucht zu unterdrücken, ne? Der eine sagt, ihr seid mit Absicht reingekommen, der andere sagt, ihr habt's nicht probiert, er hat's probiert. Dann sagt er einfach so, ich bin eine Sieben, obwohl er mich gar nicht kennt, hä? Dann bietet er mir eine Sniper an. Oh, mein Gott. Also, das war wirklich... Das war wirklich so schlecht. Wahnsinn. Oh, mein Gott, Digger. Ich kann nicht mehr. Allein, wenn wir den Win-Hook gewinnen würden, würde es mich halt nicht mal so die 50 Euro interessieren. Es würde mich einfach übel freuen. Einfach, dass ich mit dir zocken konnte. Ja, ist geil. Einfach mit dir zocken können, ist schon richtig geil. Und dabei die ganze Zeit so Schauspieler. Was für ein Krampf. Ja, Mann. Oh, mein Gott. Das ist so schlecht. Wie stressig. Oh, mein Gott, das fühlt mir leid. Irgendwie tut's mir echt leid. Ja, war gut, war gut. Das war so schlecht, dass es wieder gut war. Hilfe. Oh, mein Gott, dein ganzer Chat lacht. Das macht uns aus, oder? Klar. Oh, das ist auch so random. Ihr habt euch einfach viermal verraten. Eure Storys waren überhaupt nicht miteinander abgestimmt. Das wäre geil. Ich weiß nicht, wir waren so aufgeregt. Als ob ich im Hintergrund wirklich... Man hat's einfach gehört. Ja, so... Ihr warst richtig geschockt, Mann. Ich schon so, wo ich reingekommen bin. Ja, wir sind drinne. Ich stream-snipe nie wieder. Ich wollte nur unbedingt einmal mit dir zocken. Ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Ihr habt Glück gehabt. Es war einfach... Es war so schlecht geschockt, dass ich wieder... Also es war wirklich... Wir hatten schon viele Schauspieler dabei, aber das war wirklich... So mies war noch keiner. Das ist dann auch wieder geil. Oh mein Gott. Da hinten sind auch noch welche. Henrik, wir dürfen nicht verkacken. Oh, Digga. Bei mir fuck. Deine Typ ist crack. Er ist noch... Das ist noch keiner. Ich bin so low. Komm gleich. Komm gleich. Einer ist down. Einer ist down. Ich habe ihn gefinischt. Ich habe ihn gefinischt. Bitte finish mich nicht. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Hilfe. Das ist zu viel. Ich schaff das. Das sind zwei Teams, ne? Henni. Kommt sie so raus. Oh nein, es brennt. Ja, ich bin weggekommen. Und er hat noch nicht. Doch, ich bin weggekommen. Er sieht mich nicht. Die brennen. Ich versuche es zu euch zu kommen. Da ist einer down. Ja, das sind zwei auf jeden Fall noch. Einer mit Sniper weiter hinten. Da oben ist einer One-Shot. Ich habe zu sehr gezittert. Henrik, gut. Henrik hat einen. Sauber. Ich habe da so viel Damage gemacht. Hinter dir. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Überrasse Leute. Geh weg. Oh, gut. Du hast meine Reboot-Karte. Denk dran. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Wie move der? Kommt 10 Millionen Leute. Ich will jetzt keine. Ich mache keinen TikTok, keine Sorge. Aber ich will unbedingt das filmen. Ja, das ist geil. Mach das. What? Ähm, nochmal hier für alle. Ich bin hier mit Trimax in einer Runde. Das ist egal, mit Henrik. Ich kann nicht mehr. Ich zitter. Hey, hier ist noch einer. Hier sind so viele. Oh nein. Trimax ist gestorben. Aber. Ich habe noch einen. Alter. Kuss geht raus. Danke, dass du nicht geliebt hast. Danke. Ausnahme. Turbo-Ausnahme. Aber. Jetzt muss das alleine machen. Oh, ich habe so viele Leute da. Ich habe so krank viel Damage gemacht. Okay, nice. Übrigens auch fresher Name. Danke. Wollen wir heute undercover unterwegs sein. Merkt man. Du hast ja ultra viele Accounts, oder? Ja, ja. Irgendwie 15 Stück hast du mal gesagt, oder? Mhm. Oder 14. Ja, ja. Verstehe ich aber auch nicht. Wegen deinem neuen Video habe ich heute auch schon natürlich geliked und angeguckt. Verstehe ich eigentlich auch nicht. Das ist trotzdem so echt viel Geld. So 6.000 Euro für ein YouTube-Video finde ich schon viel. Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Keine Frage. Wenig ist es auf jeden Fall nicht. Nee, das nicht. Aber dann wären die... Ich meine, in Amerika wären die 1,6 Millionen. Nicht 1,6, sondern... Sondern, keine Ahnung, 9 Millionen. Wie bei MrBeast. Sehr viel halt. Ja, genau. Das ist völlig krank, was der hat. Digga, das sind Bots. Das sind wieder Bots. Geil. Ja, es gibt ja noch den einen echten Gegner. Ja, da war der eine. Die war nicht schlecht. Hendrik, nehm dir das Reboobus. Ich will dich nur dran erinnern. Okay, die kommen. Die kommen schon steps. Oh, die sind morgen die coolsten auf dem Pausenhof. Ich sag's dir so. Geil. Oh, der zweite YouTuber tatsächlich, mit dem ich in einer Runde bin. Ach, Leute. Wahrscheinlich alles muss zu viel machen. Wer war der Erste? Der Erste, mit dem ich wirklich... YouTube gucke. Äh, äh, hast du gefragt, wer der Erste war? Äh? Äh, Lofti. Ah, ja. Aber das ist schon länger her. Das sind die echten Gegner, die Banane. Aber die war, die Banane war ass. Also die war richtig schlecht. Ja, die war doch low. Die war schon dreimal down. Hendrik, ich, ich glaub, ich glaub an den. Oh, das sind drei Leute. Bitte. Bitte. Obwohl, ja komm, schaffst du. Oh. Ich vertrau dir. Ah! Einfach... Oh, Alter! Ah! Scheiße! Ah! Alter! Oh, Junge! Geil, ey, gespielt! Ich hab' einiges gesehen. Oh, mein Gott, Junge! Ey, war trotzdem eine Mega-Runde. War nice mit euch. Oh, mein Gott, ja. Auch mit dir. Übel nice. Safe. Ihr wart die schlechtesten Schauspiel aller Zeiten. Natürlich. Ich hab' das Video. Danke! Ja, ja, 100%! Ja, ja, 100%! Ja! Zähler, schön, Mann! Geil. Ey, ich wünsch' euch noch einen schönen Abend, ne? Danke, danke. Ich dir auch. Tschüss, tschüss. Und Trimax, Trimax? Ja? Bleib bitte für immer so, wie du bist. Ich liebe dein Content, okay? Bitte bleib für immer so. Alter, danke. Mach' ich so. Ich schwör' auch. Sehr nice. Alright, schönen Abend euch. Tschö! Ciao. Tika, Henrik! Trimax, der... Ah, ja, Trimax! Aber safe, lauscht der. Trimax, lauscht du? Trimax, du lauscht. Oh, ich bin raus, scheiße. Tschüss. Ciao. Ich liebe dich. Oh, mein... Was war das wieder? Leute, das ist alles geil, Alter. Was trifft man für Leute? Digga, die waren so schlecht. Die waren so schlecht, die Schauspieler. Mike Käfer, hallo. Mike? Mike Käfer. Hey, hey. Hi. Ah, das ist... Das war Erol. Was? Trim hat gerade das gesagt. Nein, ich schau'n. Laber nicht, nein, das war... Digga, das ist... Was labert hier, was? Oh, Mike. Mike Käfer. Ja. Moin. Warum heißt du Mike Käfer? Wieso? Vielleicht heißt du so im echten Leben. Ja. Käfer als Nachname. Ja. Das ist voll oft. Wie dumm. Schillik, Mike, wo kommst du her? München? Ja, okay. Ja, geil, Digga. München ist fast... Wie heißt der aggressive Platz? Konrad-Adenau oder so. Ja, Konrad-Adenau-Platz. Wo ist du da? Ah, nee, doch nicht. Ich komm aus Hamburg. Hä, wie dumm. Ja, dumm von mir. Digga. Das geht besser eigentlich. Seid ihr Trio-Mates? Ja. Ja, ja. Cool. Äh, wie sieht's denn aus? Wie alt bist denn du? Ich? Ja, du. Was glaubt ihr? 18. 19 sag ich. Ich bin 27. Oh mein Gott, no. Wie alt seid ihr denn, hä? 17. 18? Ihr seid ja übelst die Rentner für Fortnite-Verhältnisse. Nein, hä? Der hat's ein Soundboard, Digga. Der hat sich an wie Trimake. Der hört sich echt voll sollen, gell? Ich bin fullshit. Das ist safe ein Soundboard. Ich weiß nicht. Mike, sag mal Äquivalenz-Gleichung. Nö. Oh, Stier. Auf mich hat gerade auch einer geschossen. Bei mir ist ein Gegner. Fuck. Das sind Bots. Ich hab ihn. Ja, okay. Stimmt, der ist. Wir sind in der Bot-Lobby. Was hatten wir für ein Matchmaking? What the fuck? Ja, wir sind so. Oh, Digga. Wie unruhig. Du warst einfach. Digga, deswegen hat er auch Hamburg gesagt. Ey, keine Ahnung, oder? Du bist so dumm, Digga. Der würde sich nie Mike Häfer nennen. Und dann... Der nennt sich schon irgendwie so randommäßig. In einer anderen Scheiß-Stimme hat er auch, wo er gefragt hat, wie Trio-Mate sind. In das Tri-Mix. Oh. Das ist nie was Tri-Mix, Bro. Digga. Aber es wäre schon krass, eigentlich. Ja, normal. Habt ihr schon mal ein Soundboard getroffen? Nee. Nee. Digga, Till, wir sind gerade im Tri-Mix drin. Ich hab's gerade im Stream gesehen. Ja, halt small, Digga. Ach, komm. Aber er hat nicht gesagt, dass wir 100 Euro gewinnen können oder so. Ja, stimmt. Ich hab ne Anfrage bekommen. Ich hab ne Anfrage bekommen. Oh. 34.000 sind wir gerade. Achso, ja, entspannt. Max, no cap? Ja? Ja, ich schörb alles. Noll. Das ist ja arschgeil. Achso, er heißt auch Max, das ist verbirgend. Das ist ja arschgeil. Ja, Max, das ist Raxi Marelli. Er hat seine Initialien umgegelt. Yeah, yeah. Tri-Mix braucht nen Sniper, Digga. Hier waren eben Bots in der Lobby. Das ist irgendwie ne Bot-Lobby. Ja, wir sind auch nicht so gut deswegen. Digga, ich hab einfach gerade eben noch ein Video von Tri-Mix angekauft. Krass, welches? Wildschwein, Wildschwein. Das ist, wo du nen Quickscob aus dem Auto machst. Ja, war doch geil, oder? Das ist doch arschgeil. Ja, klar. Heftig wir mit Wölfen und Wildschwein Problem haben. Ey, warum können wir jetzt eigentlich 50 Euro gewinnen oder nicht? Äh, nee. Ja, Max, komm mal her. Also der hat mich der Max. Weil, das ist irgendwie ne Bot-Lobby. Ja, egal, dann lass ich längst n Win. Ja, das einfach so gewinnen. Ist doch auch cool. Ja. Warum heißt du Mike Käfer? Einfach, äh... Digga. Weiß ich auch nicht. Ich hab's für random. Ich hab's für einen Rufen in Fortnite, aber... Ey, die Bots... Ey, sollen wir den töten? Wir könnten den töten, ja. Alle zusammen? Doch, lass machen, alle zusammen. Ey, ich weiß nicht. Only Headshots. Bereit? Drei, zwei, eins, feuer. Eins, go. Oh, 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 oh. Der nimmt dich aus. Nee, macht der. Nein, nein, nein. Alter. Ich bin fast tot. Scheiße, ich hab euch. Ist das ehrlich, ne Bot-Lobby? Das wäre ja voll scheiße auf dem Stream. Ja, ich weiß nicht, wie euer Matchmaking ist. Also, ich hab ja noch nie ne Bot-Lobby. Ich bin es nicht gut, aber ich... In der Regel jetzt nicht. Ja. Manchmal dann... Scheiße, scheiße, schweiß, schweiß, schweiß. Vor mir. Oh mein Gott, Digga. Ja, da oben, da oben. Ist der da oben safe? Ja, ja, da ist einer drin. Hab einen. Alter, super für stark. Ich baue hoch, ich baue hoch. Ja, die bauen aber. Ja, ja. Sind da noch welche? Die haben auch editiert, Digga. Smoky, mach nicht den zu Aggressiven. Haha, Smoky. Smoky ist so aggressiv. Ich hab den Hips gemacht, aber ich glaub, der hat... Ja, ich komm, ich komm. Oh, ich hab gar nicht viel mehr. Oh, oh. Oh, oh. Was macht der? Er wird auf jeden Fall nicht von Nades stürmen. Oh, 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 oh. Da sind andere noch. Oh mein Gott. Nein, ich bin da. Nein, Digga. Nein. Ey, Jungs, ihr seid die Besten. Nein, Digga. Ich bin bei Mike Käfer. Oh. Ich hab Heid. Scheiße, Scheiße. Nice. Ey, Mike ist der Best. Oh mein Gott. Das war ein schöner. Ja, Mann. Ich hab letztens auch so ein Random Squad-Video angeschaut. Ich dachte eigentlich, dass du nicht so gut wärst. Ja, ich hab irgendwie ein Jahr Pause gemacht. Und dann kam ich wieder und war auf einmal viel besser. Obwohl ich nicht einmal gezockt hab. Ey, nee, aber was ich sagen wollte, Trimax manchmal in deinen Videos. Ja. Da hast du so voll lange durchgezogen, dass du so getan hast, wie wenn du ein Soundboard wärst. Ja. Und das fand ich dann teilweise ein bisschen unfair für die Spieler, weil wenn du das jetzt nicht aufgelistet hättest, dann werden die das halt so liebt oder so. Ja, stimmt. Aber es ist immer direkt Soundboard. Alle sagen immer Soundboard direkt. Ja, aber am Anfang hast du auch so ein bisschen so getan. Sag ehrlich. Ja, ein paar Sätze. Erst mal abchecken. Ich muss immer erst mal abchecken, ob die Leute Streamsniper sind oder nicht. Ey, will jemand das Spider-Man-Teil? Ehrlich nicht, also. Ja, ich glaub auch nicht, dass ihr welche seid. Ey, die mystische Waffe von dem Typen ist ja insane stark. Ja, die ist geil. Hat jemand noch Sturmgewehrschüsse? Ja, ich hab ganz viele. Ich hab 500 Schuss. Was? Genial. Boah. Einfach Alarm oder was? Oh, hab aus Versehen geschossen. Kenn ich. Wo die Rebooten? Wir müssen pushen. Oh, ich kann hier reinschauen. Shield Crack. Ich mach alles oben auf, wenn es klappt. Ja, ja, mach, mach weg. Es geht nicht, oder? Ja, ja, jetzt reboot. Ich hab massiv veraimt. Oh, war ich bad. Nein, nein, nein. Er flow, er flow. Alter, hab ich ausgerichtet. Du hast ihn. Oh Gott, hier kommt Jump-Head. Haben die gejump-hatted? Ich weiß nicht. Oder kommen neue? Hilfe, helf, helf, Max, helf, Max, helf. Ja, ja. Revive hier noch einen Buss? Dann darf ich direkt Till hochholen, oder? Ja, ja, ich mach. Hey, hat jemand einen Medi noch? Ich hab einen Medi. Auf ganz schnell. Oh, jetzt ist ein Loot. So, jetzt heißen alle Max hier. Ja, irgendwie heißen alle Max hier. Und hier gerade. Haben wir noch einen Medi-Pack? Ja, das ist halt da hinten. Till hier ist überall ein bisschen Loot. Kannst du absnacken. Naja, Till, ich komm. Oh, die Blaue im Casino, da hab ich nicht. Ich seh keinen. Da, auf Rot. Genau auf der Rante. Wenn so viele hier zuschauen, dann könnten das doch auch Stream-Sniper sein, glaub ich, oder? Ich hab so viel Delay, hier ist kein Stream-Sniper mehr drin. Nee, nee, das ist zu viel Delay. Wir sind safe. Ey, es sind nicht mehr so viele. Das ist nicht mehr so viel, glaub ich. Hit, hit, hit. Martin Zwanziger, ihr schüttert. Es sind noch mit uns drei Teams und nur noch acht Leute mit uns. Hit, nochmal White, there's White. Die sind alle alleine, oder? Ich guck, ich check's mal ab, wie viele Teams tut das? Drei Teams? Das sind drei Teams. Das sind alle alleine dann, oder? Vielleicht ein Duo. Oh, der schießt noch mal. Oh, der schießt noch mal. Oh, der schießt noch mal auf. Oh, einen in Luft. Hit, der in der Luft einmal angreifen. Hit. Die müssen die Zunge, Alter, von uns. Hit. Drei Hits. Ey, wieso trefft ihr nicht? Ja, wir sind schlecht, dicke. Scheiße, 30.000 Leute zu gucken. Das ist geil, Mann. Ey, es sind noch drei Gegner. Drei Gegner, die Teams? Zwei Teams? Oh, wir gewinnen, safe, oder? Das sieht direkt nach dem Mähfischen aus. Ey, das ist ein Zweierteam und ein Einserteam. Also, wenn wir das nicht schaffen, dann lade ich das auch hoch, weil wir so scheiße sind. Das wäre peinlich, aber... Der ist da rechts. Achso, nee, das habe ich auch nicht mehr. Egal, dann... Der ist white, der ist white. Die fighten, die fighten. Wir haben Zunge. Jungs, wir haben Zunge. Wir schossen wir nicht. Sind die beide da oben drin eigentlich? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ich habe keine Lust auf dem Snide, Leute, an mich trocken. Nee, nee, ich auch nicht. Oh, oh, der war ganz knapp. Scheiße, ich habe noch 15 Schuss. Ich bin auch leer. Wir sind alle leer. Ja, die sind schon nicht schlecht. Die sind schon nicht schlecht. Zwei, das hat 50 Damage. 50 Damage hat er. Schau mal, wie der baut. Der ist gut, der ist gut. Wenn der uns jetzt alle tötet. Ey, das ist so ein Schwitzer. Ja, das ist ein Schwitzer. Also, das sind schon die Zweiten. Nee, er ist alleine. Nein, er ist alleine. Vier gegen eins. Er hat High. Wieso hat der jetzt High? Hä? Nein! Ich bin zu laut, Digga. Du Idiot. Du Idiot. Ich werde mich nicht mehr so bauen. Ich habe keine Macht. Ich habe keine Macht. Oh, oh. Ich bin der Offizier, der ist schlechtest, der random mit dem Final X je gespielt hat. Nein! Ich habe keine Macht. Baut unten ab, baut unten ab. Ich baue ab, ich baue ab. Ja, 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 ich baue ab. Ich konnte irgendwo Jump in Place. Ja, gut. Mach mal so. Baut unten ab, bitte. Ich bin eine Million Kilometer oben. Ich habe keine Metz. Ja, der ist unten bei mir, der ist bei mir. Ja, der ist unten. Scheiße, jetzt ist der wieder unten, Mann. Ja, ja. Ich bin zu krank. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich habe keinen Schuss mehr. Ey, nein. Mir ist aber hier, ja. Hier. Kommt schon, kommt schon. Der ist direkt. Ja! Holy shit, das war noch mal viel zu knapp. Alter, das war jetzt eine Bedrohung. Oh mein Gott. Digga. Sie haben ganz schön geschwitzt dafür, dass der alleine war. Alter Scheiße, ich bin... Wieso haben wir uns auch so verrechnet? Es leben fünf Leute und wir sind zu viert. Wieso sagen wir zehn Minuten zwei Gegner? Ich habe zwei Leute gesehen in der ganzen Runde, Digga. Ey, das war aber geil. Das Ende war geil. Mords gute Runde. Hat übel Laune mit euch gemacht. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Mama, Mama, warte nicht und. Mama, nicht und. Das ist 30.000 Leute. Scheißegal. Sauber! Ja, okay. Ey, grüßt deine Mom von mir. Grüße an Mode. Ich habe heute eine 1 minus ein EC geschrieben. Geilster Dialekt. Wenn du nicht unten stecken raus, dann sind keine 30.000 Leute mehr. Ja, okay. 36.000. Ey, mega geil, Mann. Danke für den Upload. Und grüßt deine Mom von mir. Ich soll dich grüßen, Mama. Ey, Jungs. Ich grüß den SV Diggerschaft Sickenhausen. Ich soll dich mal angrüßen. Er hat mir geschrieben. Ey, übel nice. Okay, Leute. Du wärst nur wegen meiner Wabo, oder? Hätte ich auch so hochgeladen. Ja, echt cool. Viel Glück gegen Micky auf jeden Fall. Safe werde ich haben. Ja, ich glaube, das wird erste Runde Knockout. Ah, mal gucken. Wäre geil, wäre geil, wäre geil. Okay, okay. Ich wünsch' euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Ey, ich hab echt gedacht, das war so fake. Ich schwör. Digga, ich dachte, safe wäre fake. Ja, das ist übel geil. Digga, heute sind alle Runden geil, Mann. Was war das genau für ein Dialekt von der Mom? Das ist, glaube ich, mein all time favorite Dialekt Sympathiepunkte. Noch über Schweiz und alles. Das ist geil. So, was ist das? Baden? Weißt du, Strobel reden die manchmal so ein bisschen. Ich hoffe, es gab nichtug만. Alle ár Stanabe mal schon.